Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei mir, Doc Gamble. Heute ist Freitag, ich bin Free Fire und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit einer Betrogerunde und danach eine CS-Runde. Viel Spaß. Und die erste Runde geht los, Betro-Royale. Leider nicht Ranked, nur Betro-Royale. Was ist das? Was ist denn jetzt so los? Musste ich so mit der Maus spielen? Boah, das ist richtig. Nur mal probieren. Okay, ich kann lenken. Kann ich laufen? Oh. Das ist ja mal richtig. Alles nur mit der Maus? Boah, das wird heftig. Das ist heftig. Also, wird wahrscheinlich gleich sofort sterben. Okay, einen Kill habe ich. Ich kann nix machen mit der Tastatur. Ich kann nix machen mit der Tastatur. Ich kann nix machen mit der Tastatur. Ich muss da mal. Ich muss da mal gleich was gucken. Oh. Und besser rell. Ich bin mir gar nicht hinterher. Los, komm her! Okay, ich schau da mal so lange. Steuerung. Stand da. Okay. Okay, es geht die Tastatur wenigstens wieder. Ich bin irgendwie ein bisschen schnell, aber das liegt wahrscheinlich auch darauf, dass das Fenster so klein ist. Okay. Okay. Okay, schon besser. Schon viel besser. Okay. 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 Jo. Kein Problem. Kein Problem. Es war verloren, ein zweiter, aber am Anfang auch ziemliche Probleme gehabt mit dem Spiel. Hab da ja gesehen. Gut, dann würde ich mal sagen, geht es weiter in der nächsten Runde in der CS Runde. Viel Spaß. Okay, die Runde geht los. CS. Leider nicht. CS Ranked. Normales CS. Oh, da ist KIs. Alles KIs. Alles KIs. Na gut. Dann spiele ich gegen KIs. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass hier weniger Spieler dass es weniger Spieler geworden sind. Einfach hinterherlaufen. Einfach hinterherlaufen. Ja. Damit ein schwerer sieht. Ähm, wot, wot, wot probiere ich mal aus hier eigentlich. mal in die hier. Hier gibt's Ressourcen. Okay. Warum leuchte ich so? Wohin. 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 made crumble. Das ist ja. Das war's. Hmm, das war's, also zum letzten Sieg sag ich jetzt war gar nichts, also gut genießen. Also dann, immer das gleiche bei mir. Juch, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Oh, ich war der beste Spieler mit 4914 Schaden. Und ich hatte 10 Kills. Oh, vom Gegner hatte eine oder zwei Kills gemacht, wer ist denn bei mir gestorben? Diese beiden. Hmm. Nicht schlecht. Ne, egal. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn da mal nichts mehr bei sein. Bis dann, wünsche euch viel Spaß. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020